We droppin' Bass like a motherfuckin' Atom Bomb ist es jetzt vorerst mal ein Informationsvideo aber Leute, ich habe ein neues Projekt bzw. möchte mal was Neues probieren und zwar wollte ich eine Serie zum Laufen bringen, viele kennen sie vielleicht unter GTA Fails & Wins haben ja auch diverse andere YouTuber gemacht gehabt, das heißt man schickt ein paar Clips ein ich bearbeite die zu etwas Lustigem und dann lade ich das Ganze hoch und ich weiß im Moment wirklich nicht wie ich die Serie nenne, also ich weiß nicht ob ich sie GTA Wins & Fails nenne ob ich sie doch irgendwie anders nenne, aber Leute, das werdet ihr alles hier in diesem Video erfahren bevor ihr dazu kommen Leute, und zwar ist es ja so, ihr wisst ja, es läuft gerade ein Gewinnspiel und zwar könnt ihr zwei GTA 5 Undergolds gewinnen mit jeweils 3 Milliarden GTA 5 Dollar um einfach da im Gewinnspiel mit dabei zu sein, müsst ihr nichts weiteres tun als Abonnent dieses Kanals zu sein und auf jeden Fall diesem Video ein Like dazu lassen so Leute, kommen wir aber jetzt zu den eigentlichen Informationen und zwar sieht die Serie wie folgt aus Leute ihr schickt mir eure coolen Clips, also ihr schickt mir eure eigenen Clips von eurer Playstation, von eurer Xbox, von eurem PC oder sonstigen Sachen zu und zwar sollten es so Clips sein, entweder wo irgendein Bug entstanden ist, einfach durch Zufall wo ihr zum Beispiel einen Motorradstunt geschafft habt zum Beispiel oder wo ihr einfach so richtig Pech hattet und so gestorben seid einfach so lustige Clips, die ihr vielleicht auf dem PC oder auf der Konsole noch drauf habt schickt mir das Ganze einfach zu wie denkt ihr, schickt ihr mir das Ganze zu? und zwar Leute, werde ich euch unten einen Link reinballern und zwar ist es so eine Seite zu Google Docs, nennt sich das Google Formulare dort könnt ihr hingehen, könnt mir euren Link reinballern oder ihr könnt die Datei einfach hochladen aber ich glaube ich werde das so machen, dass ihr das einfach auf YouTube hochlebt und dann mir den Link zukommen lässt und ich werde dann hingehen wenn es ein guter Clip ist, werde ich diesen Clip nehmen und werde euch dann natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken das heißt ihr könnt dann halt dadurch auch noch ein paar Abos abgreifen aber wie gesagt Leute, ich denke mal das wird ein bisschen lustig ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das Ganze gestalten werde ich wollte das auf jeden Fall mal probieren ich würde euch einfach bitten Leute, habt ihr so coole Videoclips einfach dann schickt mir die zu die Videoclips sollten nicht länger als 30 Sekunden sein und Leute, versucht einfach so kurz wie möglich die Clips mir zuzukommen und nochmal ganz kurz zur Erwähnung Leute ich möchte einfach das Ganze probieren mal schauen, wie es ankommt am Wochenende wird die erste Folge kommen falls die Folge richtig gut ankommt, meine Freunde werde ich auch noch eine zweite Folge draus machen wir schauen uns das Ganze mal an das ist wie so ein ganz kleines Projekt und ich habe auf dem Discord ein paar Leute gefragt gehabt und die meinten, ja klar, ist eine super Idee, warum nicht und so weiter ich habe noch ein paar lustige Clips auf der Konsole und wäre korrekt, wenn du das machst, haben die zu mir gesagt also dachte ich mir, warum nicht außerdem ist so Leute, falls ihr noch nicht auf unserem Discord Server seid checkt mal unten den Link ab zum Discord Server dort könnt ihr nämlich drauf gehen ihr könnt mit uns schreiben, mit uns reden da sind auch Leute, die euch helfen wenn ihr mal irgendwie Hilfe bei einem Glitch braucht oder sonstige Hilfe, zum Beispiel einen Banküberfall machen wollt da finden sich auf jeden Fall korrekte Leute und ja Leute, das war es zum Video wie gesagt, macht mir einen 30 Sekunden Clip maximal geht unten auf den Link, fügt ihn dort ein schickt es ab und ich werde mir das Ganze dann anschauen und am Wochenende wird die erste Folge zu dieser neuen Serie kommen und wenn es weiter so gut läuft oder beziehungsweise wenn die Serie euch gut ankommt dann Leute, werde ich das Ganze auch fortführen und dann Leute, was ist eigentlich auch schon hier mit diesem Video stimmt einfach mal nochmal ganz kurz rechts oben ab wie ihr die findet und dann eigentlich würde ich mich von euch verabschieden meine Freunde wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig guten Tag und Leute, genießt auf jeden Fall die Sonne ich denke mal bei euch sollte auch gutes Wetter sein und dann würde ich sagen, haut rein geht ihr mit dem Flow euer Frips Ciao